Soll ich lieber Twitch machen? Ich kann beides. Wie heißt denn das auf YouTube? Ähm... Hast du jetzt wirklich die 5 Lustknaben für Lienchen eingegeben? Natürlich! Jawoll! Natürlich hab ich das gemacht. Warte, ich schicke die Lienchen. Ich hab's kein! Und warum gehst du nicht? Weil ich doch selbst am Spielen bin! Mann! Du spielst doch gar nicht! Ja, aber ich kann doch mich selbst nicht hören! Das ist dann doch behindert! Das ist doch Taylor. Ich schicke das hier an die... Ich hab's dir gesagt, Taylor. Ja. Tududu! Wof... YouTube? Jetzt muss ich das selber suchen. Warte, ich hab doch die Linke gemacht. Warum macht los denn das? Oh! Ey, man hört das ja wirklich! Das ist unmöglich! Oh! Voll die falschen Waffen drin, ey! Bananen! Oh! Oh, voll das süße Bild! Oh! 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 Voll das süße Bild! Oh! Oh! Erstmal staunten. Erstmal mega mäßig staunten. Wir hatten Mass Effect Let's Plays gemacht. Oh ja, und dann hatte ich keinen Bock mehr irgendwie. Also es hat sich ja angefühlt wie Mass Effect, aber irgendwie... Ach, schon weiß ich nicht. Es war aber klar, dass es was anderes wird. Ja, es war mir schon klar. Man hätte nicht gedacht, dass es Mass Effect wird. Nee, war ich auch nicht. Jumping lessons for my warlock. Nein, geil. Nein, ich glaube mein Problem war, dass ich... Die ganzen anderen Spiele habe ich ja auf der Konsole gespielt. Und das war mein erstes Mass Effect, das ich für einen PC gekauft hatte. Und ich glaube, das war einfach mein Problem. Ich hätte es mir auch für die Playstation kaufen sollen. Ich hab's auf der Konsole gespielt. Andromeda war meines erstes auf der Konsole. War ich zu faul, war mal einen Rechner zu abwäden. Ich find's lustig, dass wir jetzt echt live sind. Feier ich. Ja. Ja, das warten wir jetzt auf euch alle. Beziehungsweise jetzt auf die letzten zwei. Zu wem sind? Die Hähnchen und so haben noch nicht gerafft, dass wir schon einen Einsatztrupp haben. Ja, ich hab auch schon einen Einsatztrupp mit Daniel zusammen. Ja, aber wir sind halt vier. Ach so. Moment. Das ist die demokratische Mehrheit. Ja, ich komm ja schon. Dezent. Minimal. Penis. Bananen. Günther. Das ist mein zweiter Name. Ich heiße Günther. Ja. Achso, ich dachte, der ist die Marienes oder sowas. Nein, das ist mein zweiter Name Günther. 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 Ich Stemme. Stemme heißt Günther. Günther. Wie geil, das dachte ich. Ja, das ist tatsächlich mein zweiter Name. Mein Paar Günther. Was geht Günther? Günther. Ja. Ach nee. Warte mal. Niense, ich geb dir immer kurz ein Lied. Ich kann wieder nicht reinfliegen. Wieso kannst du nicht reinfliegen? Ich weiß nicht warum ich nicht reinfliegen kann. Gib du mal bitte. Du leckst bei mir auch grad gar nicht schon Ziff. Bei mir nicht. Das ist komisch. Äh, ich kanns nicht andrücken. Hm. Ich kanns nicht andrücken. Dann gib dem Lied weiter. Okay, warte. Toll. Flash kann das bestimmt. Wieso ich? Geh, ich versuch's. Jetzt kanns nachher keiner, das wär's. Fuck bitches get money. That's my duty. Dauche Creme und Zwiebeln. Für die Günis. Und eine Taube. Wie viele Abonnenten hast du denn so ungefähr, Lienchen? Ich hab. Ähm. Warte. Habe ich dich gleich? 129. Okay. Ich muss mich benehmen, dass ich mich nicht vor ganz. Ich muss mich nicht. Muss du nicht. Muss du nicht. Keiner von uns. Schön, wir haben keinen Jäger dabei. Das ist geil. Haben wir wenigstens einen Warlock dabei? Ja. Wir haben doch 3 Warlocks und 3 Titans. Ja. Achso, meinst du nachher wegen Kallus? Nee, Quatsch! Ach, Quatsch! Wir haben halt schön viele Ripps. Wir wandten den einfach. Weil wir laufen. Ich kann ruhig laufen, ich kanns mal wieder probieren. Ich würde gerne wieder Axt nehmen. Mir gefällt Axt. Das ist nur meine Stammbosi, weißt du. Ja, das machen wir auch so. Achso, laufen. Nee, aber er meinte doch jetzt wegen... Oh. Ich meinte schon wegen Gauntlet. Ich bin davon ausgesangengangen, dass wir zwei laufen. Okay. Ja, ich lauf. Also das mach ich sowieso immer. Gut. Aua. Wer ist noch abgekackt? Ich nicht. Wer ist denn der letzte eigentlich? Daniel. Oh, bin ich falsch gelaufen? Komm ihr beiden beeilt euch! Beeilt euch! Okay. Dancing in the rainbow! Juhu! Doch, ich bin falsch gelaufen. Bin ich dumm, ey. Ich hoffe es. Ja, aber... Dann läuft richtig. Bin stolz auf Stemmen. Stemmen lernt. Ja, ich bemühe mich. Nee, noch nicht. Da rutsst du, oder? Wir tolen, Daniel, du Penner! Okay. Is it too late now to say sorry? Also ich verzeidige, wer möchte die Lollis holen? Flash. Na, Flash und Daniel. Ihr müsst zu Kelch. Wohin muss ich Sif? Kelch. Ich bin zwar nicht Sif, aber ja, Kelch. Ja, weil Sif hat erst gerade gefragt, dann dachte ich mir, okay, dann macht Sif bestimmt auch gleich Ansagen. Ach ne. Nicht dir. Und der andere kaufst. Das ist das andere männliche Wesen in der Party. Kelch. Kelch. Ja genau, was für ne Phase kommt als erstes. Ja genau, was für ne Phase kommt als erstes. Kelch. Wir sind halt nur Warlocks and Titans, aber das passt bestimmt. Na dann. Kannst du auch noch mal gerne wechseln, wenn du unbedingt willst. Ja, Nico, jetzt bist du zu spät, jetzt kannst du ein Raid nicht mitlaufen. Ne, ich wollte einfach quatschen, ne, egal. Er sucht einfach Companions. Also du kannst doch live auf YouTube nachverfolgende einfach nur die 5 Lundknaben für Lienchen suchen. Das mag ich gleich auch. Klingt super. Es ist toll, Freunde zu haben, die genauso bekloppt sind wie man selber. Ja schon. Weil, was würde man ohne die machen? Ich meine, sonst wäre es ja keine. Ja, ne? Doch. Du musst einfach so machen wie ich, sprichst einfach mit deinem Spiegelbild. Nein, das macht man, wenn man sich mit den fliegenden Menschen unterhalten will. Und wie lange geht das gut, ohne dass der Spiegel kaputt geht, Bobby? Ja, nur, je nachdem was für Themen, auch wenn wir anfangen uns zu streiten, dann fliegen halt schon mal Glasflaschen und so. Die 5 oder nur 5? Äh, nur 5. 5 Lustskarben für Lienchen. Aber bist du nicht im Chat? Äh, mit Zahlen oder ausgespringen? Äh, mit ner Zahl. Doch, bist doch auch, ey. Aber du bist doch auch im Chat, oder? In der Gruppe. In der Gruppe. Ich hab's reingepostet. Aber höre ich euch doppelt das Rade. Ja, dann machst du halt den YouTube leise, oder so. Komm, so gut bist du doch. Mit der Frage, wo bleibt die mit dem Lolli? Auch keine Ahnung, ich hab die ganze Zeit vergessen draufzuschießen, aber... Ey, ihr habt... Ich hab die Zuschauer, ne? Oha, das macht die Lien, ne? Ey, ne, Quatsch. Das gibt's doch nicht. Bitte? Du bist Red Hat? Ey doch, das ist die Frau, die du immer teabaggen willst. Jetzt verstehst du auch wieso, ne? Doch, hab ich mir gerne mit Red Hat oder Red Man, wenn du das meinst. Also jetzt, jetzt fühl ich mich geehrt, man. Red Hat begehrt den Schaffen. Ja, vor allem deinen. Aber immer. Da freu ich mich mit dem Lollbringer. Wenn ich den Lollbringer sprich. Oh, du hast ja sogar letztes, ach du Scheiß. Ja, die sind jetzt nicht so rauschend. Ich hab's mal probiert, aber... Sprichst du auch, oder? Sprichst du auch, oder bist du still? Also, bei allen, bis auf die Mass Effect Dinger... Bei Mass Effect hab ich glaub ich ab der 40 angefangen, was zu quatschen, aber... Eher schlecht als recht. Ja, ihr wisst doch, ich bin schüchtern. Also, ich muss sagen, ich fand das Video... Jumping Lesson 4 by Warlord... Sekunde 15, Lienchen stirbt erst mal. Mein Lieblingspart. Ja, Papi hat sich das angeguckt und meint dann so, Oh, du stehst ja hier die ganze Zeit auch nur rum teilweise, meinte ich... Oh, dann hab ich das wohl nicht rausgeschmissen. Sehr krass. Äh, du weißt, wenn jetzt irgendwas passiert, ich drehe deine Schande. Hm? Wenn jetzt irgendwas passiert, ich drehe deine Schande. Das macht nix. Ey geil, du kannst uns sagen, falls Lienchen die ist, die ich verkackt hast. Das stimmt allerdings. Aber ich geb's ja immer zu, also ist das ja scheißegal. Die wisst ja, dass ich schuld bin. Also, du hast verkackt halt keiner noch. Achtung, Achtung, Achtung. Lienchen mit Scareflok auf Range, okay? Ja, mach ich immer und ich bin damit gar nicht so schlecht. Ich spiel alles mit Scareflok. Ich spiel alles mit Scareflok. Steppen, direkt hinter dir. Wo ist er? Ist er? Ach da. Ja. Das sah so geil aus. Das sah toll aus. Eine Priester hat sich versteckt. Hinter deinem zu breiten XXL-Rücken, du Tython. Oder bist du Warlock? Nein, er ist hier entfalten, hier. Oh, den Thion hast du richtig in die Eier gehauen. Sehr arme. Ey, jetzt hab ich gar keine Mundi mehr, weder für Primär noch für Energiewaffe. Ja, für die Primär hab ich auch immer Probleme. Das ist ja so. Und als Schwere habe ich gerade ein Schwert. Ich hab auch ein Schwert. Ich hab auch keine Munition gesehen. Was ist das? Für eins wird Trüb hier. Ihr habt sogar einen Zuschauer, ne? Ich hab sogar Banane in den Chat geschrieben, ja? Ich weiß nur noch nicht. Ach, das ist nicht du. Ich seh auch, dass bei der Playstation manchmal Kommentare sind, aber ich weiß nicht, wie ich die lesen kann, während ich spiele, was ja doof ist, wenn da Leute was schreiben. Du kannst dir das anzeigen lassen und dann Übertragungsanstellungen. Ja, das will ich ja nicht. Ich will das ja nicht die ganze Zeit sehen. Das nervt mich ja beim Spielen. Vielleicht brauchst du einfach ne Brille, keine Ahnung. Hallo? Ich brauch keine Brille. Der Megro findet dich nur mit ner Brille hotter, deswegen hat er so viel falsch. Ja, ich hatte schon mal ne Brille. Willst du ein Bild sehen mit Brille, kann ich dir mal schicken. Oh, 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 oh. Da war ich auch noch in ner Ausbildung. Jetzt geht's, jetzt geht's ihm einer ab. Ja, aber das hat man gehört. Oh, 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 oh. Ey, behaupte, dass ein Stift will alles, was Gaunlet klären, wer läuft. Und was ist erste Phase? Gaunlet. Ja. Ich kann auch laufen. Ich kann stehen. Ich glaub's. Ne, also ich könnte auch laufen mal wieder mit meinem Titan, hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich hab so an die Hand blöden. Was hier fand ich immer einfach Stil, alter. Jetzt nicht mehr. Ist halt das verkackt. Also wer läuft jetzt? Voll confused, alter. Er hat gehört, dass ich Stil hab und dann war er verwirrt. Welcher Stil bitte von dir? Oha. Digga, ich bin all black so wie ein satanist in Style Cover Bitch auf dem Beifahrersitz. Wer läuft denn nun? Wir machen eigentlich immer Axt und Kelch. Und Axt ist meine Plattform. Guck. Wo ist frei? Wo muss ich hin? Okay, ich laufe einfach hier bei Kelch. Ich geh zum Hund. Oh. Dann stell ich mich bei Kelchchen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt rein bist, dann, dann. Wenn was? Abonnier dich nicht. Also Sif, du bist ja bei Kelch. Wenn was? Du immer oben. Ich immer unten. Du Plattform. Äh, du. Loch 4. Ich Loch 3. Oh, Loch 3. Du hast was mit drühen. Wer hat jetzt gestartet? Du hast drühen mit Hund, Kelch. Ich weiß noch gar nicht, was ich, auch welche alle schießen. Wenn ich oben oder unten bin. Äh, Linchen. Also wenn du jetzt verkackst, dann abonnier dich. Mich? Oder abonnierst du mich, wenn ich verkacke? Ja. Wenn du jetzt verkackst, dann abonnier dich nicht. Ach nicht, okay. Ist auch nicht so tragisch. Äh, die Puls, ne, ging ja mal voll ins Leere. Ja, bla. Bei Hund, ja, und ich bei Kelch. Okay. Ich bin bei Hund, ich, was soll ich denn alles schließen? Geh mal einer bitte. Ähm, Linchen, geh mal zu Kelch rüber. Komm hier, klar. Wieso willst du die ganze Zeit Kelch schmissen? Der Sif gehört zu mir. Du bist mit Hund. Ja, hier geht das im, ähm, Urgaziger-Sinn. Also du hast mit Hund zusammen gerade vor. In Urgaziger. Daniel, bist du davor? Daniel, bist du davor? Gut, geh rein. Ah, Sif hat verkackt, okay. Kelch unten. Oh nein. Du schießt unten. Kelch! Du hast, du hast, du hast, du hast mit Hund. Axt Mitte, du musst nicht, Axt nicht Mitte. Axt nicht Mitte. Ich noch nicht. Okay, lass, 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 Bloomia Kffest! I will Qué Speaker absprechen, ich weiß gar nicht, wo ich doch schießen soll, was ist hier los? Nein, mit Hund, alle haben gesagt mit Hund, ich schieße mit Kelch. Alles in Ordnung... Boah, da kommt für mich nichts. Genau. Also da kam intentlich erstmal nicht durch, durch die Mitte durch, das war schon echt herivlich. Dass, das verkack ich Alex. F式 froh, dass ich durchgerutscht bin beim ersten. Normalerweise verkack ich immer das Durchrutschen. So, also jetzt mal ganz kurz Halblein machen, bevor irgendjemand auf seine Scheiß-Plattform stellt. So, Steppen, du weißt ja wie wir das machen, du warst ja schon mit uns hier drin, oder? Ja. Gut, Cave, du wahrscheinlich noch nicht. Nein, nein, du warst nicht mit denen hier, das meint er. Das meine ich. Okay, dann Cave, bitte einmal Flash folgen. Ich weiß nämlich nicht, wie ihr das macht, deswegen erklär ich dir einmal kurz, wie wir das in der dritten Runde machen, weil da müssen ja alle laufen. Und Cave? Okay, weil du musst auch die Wand rinkeln deswegen, aber egal. Wir machen das in der dritten Runde so, wir benutzen es wie ein Tastenfeld, das heißt links oben ist eins, zwei, dann drei, genau. Und wir machen das so, dass wir mehr oder weniger ausmachen, am Anfang jetzt schon, wer von dem jeweiligen Team Loch drei und vier nimmt von den Nichtläufern und wer welches Team davon ist, dass wir das besser überblicken können. Also wir machen das so, dass Sif und ich Team zwei sind, das heißt in der ersten Wand nehmen du und Daniel, nee, nee, du und Stem, du und Stem nehmen in der ersten Wand und Sif und ich nehmen in der zweiten Wand. Und mit Loch drei und vier meine ich halt, dass das, dass einer von euch die letzte Kugel nimmt, also die mit der höchsten Zahl und einer die mit der nicht ganz höchsten Zahl. Zweit höchsten Zahl, sag es bitte so. Nein, nicht ganz höchsten Zahl. Ist das verständlich oder habe ich dich verwirrt? Was war das jetzt? Nein, 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 ich meine es anders. Wir machen das so, wir machen beim Laufen zwei Teams in der dritten Reihe. Team eins sind du, Stem und die beiden Läufer. Team zwei sind die beiden Läufer, Sif und ich. Und bei Team eins ist es so, dass die beiden Läufer die ersten beiden Kugeln nehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn Kugel eins, fünf, sieben und neun sind, nehmen die eins und fünf und du und Stem müssen dann sieben und neun auf euch aufteilen. und zwar indem ihr sagt, zum Beispiel sagen wir, Steppen nimmt immer die dritte Kugel und du immer die vierte. Okay, gut. Ich nehme die letzte Kugel, okay? und ich schieße bei Hund und Sonne unten in Ordnung. Du bist aber bei Axt Cave. Gut. Okay, das war jetzt einfach nur ein bisschen zu zweit. Eiei. Cool. Cool. Dann machen wir jetzt. Mhm. Gut. Jupp. Auf geht's. Schaffen wir doch. Und Sonne. Jetzt. Ich habe das Gefühl, die hüpfen ja heute noch schlimmer rum als sonst. Ja. Du musst sie nur schnell genug töten. Oh scheiße, ich habe Stärkenes trifft und gar kein heilendes. Ihr seid's mir jetzt, weil... So. Ich stehe davor. Ähm. Kelch nicht oben. Ah, jetzt muss ich die Ahnung. Axt nicht oben. Und nicht Mitte. Okay. Sonne nicht oben. Ja, äh, Kelch kam nicht dann. Hallo. Daniel ist nicht da. Er hat wieder einen DC. Schlecht. Ja, der steht hier in der Ecke. Ja. Der kriegt auch sein. Der kriegt auch sein. Der ist nicht gefixt, ne? Ne. Ja. Das liegt bestimmt an Österreich. Sollen wir warten? Ja. Ja, müssen wir ja. 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 Das ist lustig auch, Daniel. Muss ich mal sagen. Wir haben einfach nur gesehen, wie du gegen die Wand läufst und nichts kommt. War kritisch? Ja. Ja. Ich zieh mal die Lunafakturstiefel an. Nö. Glaub ich irgendwo. Das sind die mit dem Rift mit dem Nachladen. Ah. Gut, während du das machst, kann ich ja mal Heilendes Rift aktivieren. Könntest du tun. Ab und an habe ich mal einen Lichtblick. Ich blicke in das Licht. Hast ja auch dein Licht wieder. Sollte nicht auch passieren. Echt. Echt. Ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht war. Er war einfach nur echt. Ohne Witz, ich glaube der war einfach so scheiße, dass er wieder irgendwo gut war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich komme damit gerade nicht klar. Ja. Was auf meinen Spruch jetzt oder was? Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn verarbeiten soll. War doch gut. Ich bin mir nicht sicher, ob er gut oder schlecht war oder ob er einfach nur so schlecht war, dass er wieder gut war oder einfach nur so gut, dass er einfach schlecht war. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall komme ich damit gerade nicht klar. Nee. Wer war das jetzt? Ich weiß, wer es war. Nicht der Flash. Nee, das Leben war es. Das könnte mich mal jemand wiederbeleben, sonst sind wir gleich wieder alle tot. Nö. Ich sehe, was du tust. Nekro nimmt mich dafür. Lobpreise. Ich weiß es genau. Ich finde das gleich die hier. Ich habe mich die ganze Zeit schon. Nekro, preise deinem Herren. Ja. Habe ich getan. Du machst mich fertig. Tani rennt mal rum. Das fällt erst um. Bitte sterben sie leiser. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, ihr Bungee Team. Der Tim guckt uns übrigens zu. Hi Tim. Wie kommst du heute ganze Zeit? Wie kommst du? Jetzt aber. Okay. 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 Das ist clever. Flashy soll dich von Tim grüßen. Hallo da. Hallo da. Ich rufe zurück Tim. Dann fang ich mich auf. Ich rufe zurück. Ja, ich rufe zurück. Ja, beim Urlaubs. Du wirst endlich verfaden. Mhm. Warum nur. Will sie das tun? Das ist dann's viel zu sagen, wir wollen es auch nochmal. Ich kann dich gar nicht hören. Klappt's? Okay, ich stehe davor. Äh, vielleicht. Daniel? Ah! Kelch nicht unten. Hä, jetzt war es wieder weg? Was war das denn? Nein! Nein, dein Pfiff ist runtergefallen. Saftpäckchen nicht oben. Axt nicht oben! Schnell! Ach. Sorry, Leute. Puh. Du hast noch gerettet. Hund nicht unten. Sonne nicht oben. Ich hab's gerade ein bisschen verpeilt. Kein Problem. Ich hab ja überlebt. Nur ein winziges bisschen. Gleich lustig auch das. Ach, das ist mir auch. Was mach ich denn da jetzt? Ich war einfach irritiert, weil plötzlich geht das Schild vor den komischen Teilen da. Ich hab mich komplett verwirrt. Wer ist down? Kann den jemand holen? Ja, warte mal. Oh, ich hab gar keine schweren. Ein bisschen schlecht. Oh, ich hab gar keine schweren. Okay. Okay. Ich warte kurz davor. Der lebt noch bei mir. Nur als Warnung. Was lebt bei dir? Danke schön. Danke schön. Kelch unten. Nicht unten. Ach, bin ich dumm. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh. Ähm, Axt nicht unten. Mann. Ich rutsche immer nicht unten durch, ey. Ähm, Hund nicht unten. Oh, mein Gott. Sonne nicht oben. Oh, ich muss nachladen. Nein, jetzt nicht. Und ich... Ich explodiere gleich. Komm mit Gas, du schaffst das. Oh fuck, ich hab's geschafft. Sehr gut. Entschuldige bitte. Ich hab mich schon explodieren sehen, ey. Ja. Ich krieg auch die LED. Kommt Leute, das schaffen wir. Silent Cave ist auch am Start. Oh Gott. Alter. Bist du down? Oh ja. Da war ein bisschen zu viel, oder? Da wollte ich zu viel. Danke. Bitter. Ehm. Kann ich schon bitte ecklen. Alter, Alter. Hier rüber zu Kölf. Joa, bin drin. Keh ich nicht mit da. Axt nicht unten. Axt nicht oben. Axt nicht oben. Komm schon, komm schon. Ach scheiße. Wer hat jetzt verkackt? Checkt ihr gleich. Sonne nicht oben. Okay, wird gut. Ich kann nicht wiederbeleben. Ich hol sie gleich. Ja, also noch 20 Sekunden. 15. Danke sehr. Ja. So, in den Nets müssen halt 4 durchkommen, ne? Daniel, ich war die 2, ne? Flash, ich hatte so die 3, ne? Ne, du warst 4. Okay, wir waren 7, 2, ne? Ja. Stabbel 9. Anster. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab die falsche genommen. Ich bin zu schnell runtergekommen. Ich habe jemanden. Habe ich jetzt nicht geklaut. Nein, nein. Sterben, könntest du mich durchlassen? Ja. Ja. Warte. So, derjenige, wo jetzt das erstes durch ist. Ich bin tot. Oh, kacke. Ja, bin reingefallen. Wight me, seid mich noch zu drück, glaube ich. Ja. Ach so, okay. Okay. Ich schau dir, du kannst ja die ganzen Schritte nicht mehr. Die kann ich jetzt nicht brauchen. Machen wir schneller, oder? Kacke. Ich weiß jetzt nicht, warum ich gestorben bin. Ich hab die Ladung genommen. Ich war durch. Ich bin tot vor dem Ding aufgetaucht. Was ist das für ein Bullshit? Was ist das für eins Betrug? Ich muss sagen, ich finde es schade, dass man über die Dimm-App nicht auf die Wand zugreifen kann, um sich seine Exos wiederzuholen. Wie sollte man das? Kannst ja nicht alles haben. Weil ich zum Beispiel gerne die transversiven Schritte wiederholen würde. Alle bereit? Und da verabschieden sich meine Frames. Und da verabschieden sich meine Frames. Ja. 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 Da ist er. Warum war die Tür auf der anderen Seite auf? War ich voll verwirrt? Nee. Der kam von der anderen Seite. Achso. Das ist Bug, dass die Tür noch auf ist. Ja. Telch nicht Mitte. Achso. Na. Axt nicht Mitte. Hm. und nicht oben nein was tue ich ja ganz genau sonne nicht mitte schaffst du denn siehst du ja und Neu, hab voll meine Granate daneben gebrochen. Ah, nicht ganz. Bisschen was gibt sie noch ab. Boah, genau. Ich geh rüber. Ich geh ihn holen. Okay, ich geh zurück zu unseren. Weißt du. Okay, down. Geh rein. Kelch nicht Mitte. Oh fuck. Okay, wir können es vergessen. Direkt in den Abgrund. Ja. Ja. Ich hab unten geschossen. Irgendwer hat den Psyon vergessen. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte, wenn einer verreckt kommt nochmal so ein Gelber, aber nicht so ein Ziel. Ja. Okay, jetzt schaffe ich es aber. Ja. Waaah. Ist das? Okay. Ja. 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 Ich steh davor. K. Ja. 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 Ich werde es niemals schaffen, da unten nicht reinzukommen. Axt nicht unten. Und nicht oben. Und nicht oben. Sonne nicht mitte. Und nicht oben. 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 Steh davor. Kelch nicht mitte. Na. Und nicht unten. Axt nicht unten. Ähm, Hund nicht mitte. Und nicht oben. Sonne nicht Mitte. Das geht's nicht hin. Was machst du denn, du Penner? Was? Unter dir. Ey, was, was, wo ist denn mein Dicker hin? Der steht da vorne, oder? Ich stehe da vorne. Kelch nicht Mitte. Axt nicht Mitte. Und nicht Mitte. Sonne nicht Mitte. Ich stehe da vorne. Ich stehe da vorne. Ich stehe da vorne. Mitte. Flash, ich war 4, ne? Ja. Team 2. Stab 9. Stab 9. Ich stehe da vorne. Stab 9. Was? Was? Was war das? Ja, passt trotzdem. Ah, das war ja super weird gerade. Ja, Mann, Alter. Ich bin gerade durch Tor gegangen. In dem Moment steht da einfach zwei Hüter gefallen. Ich dachte mir, was? Ja, bei mir genauso. Auch alle macht den Prüder. Ja. Oh, ich habe die Beine gekriegt. Habe ich die nicht schon? Habe ich die schon? Sexy Legs? Ja. Ich kann nicht, habe ich die schon noch? Sexy Legs. Ich glaube, ich habe die schon, oder? The boot of the art. Die von, warte. Ich wollte gerade tatsächlich zurück in den Orbit gehen. Das ist schlecht. Ach ne, doch. Ich habe die schon. Auf 300. Das würde ich mal als suboptimal deklarieren. Ich freue mich. Bisschen. Bisschen. Ich weiß nicht, was ich echt lustig bin. Ja, 100 als nächstes. Woher weißt du das? Ah, das steht da links. Drück Tab. Tab? Tab? Wir sind hier nicht ein Betrediger. Das Touchpad. Für mich wird das immer Tab bleiben. Stimmt. Das klingt sehr sexy. Ah ja. Das passt ja zu uns. Zum Knaben. Ja, zumindest mit Lustgen. Lustknaben. Von印. Gigi, Gigi! Gigi, Gigi? Gigi, Gigi, Gigi. Gigi, 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 Gigi. Wenn man einmal wieder drin ist, geht das, ja. Es sei denn, man fällt in Gruben. Ja, ich war. Das hätten wir uns richtig weggen müssen. Jetzt wäre schnell reinkommen können. Wäre ich gerne. Aber ich muss auf meiner Position bleiben. Ach so. Ach so. Ich will Rudelführer machen. Das ist gut. Kriegst du das auch hin? Ich auch. Nö. Nö, nö. Ich bin, weißt du auch, links, rechts, oben, unten, Schwäche. Ich glaube, du kannst es wahrscheinlich schon auswendig. Es ist meine absolute Lieblingsposition und meine absoluten Lieblingsphase auf diesem absolut geilen Race. Ich muss auch sagen, ich mache die Wunde auf. Ich verstehe das immer nicht, wenn die Leute sagen, das ist so schön. Die Sonne. Es hat gerade so hart gestrahlt, ich konnte das Zeichen nicht erkennen. Ja, weil ich es habe gesehen, als ich losgelaufen bin. Aber unwirklich, ich wollte schon ansagen, was es ist, aber ich konnte es nicht erkennen, weil es so hart gestrahlt hat. Und dann ist die Sonne, das hat irgendwie so geil gepasst. Wenn ich jetzt Hunde machen, dann ändere ich meinen Griff, solange ich noch hier ein Wichtiges mache, muss mein Rift auf Stärkengriff, dann kriegt der hier erstmal Lampfall. Wo ist es denn? Kommt ein Dicker auf die Mitte zu. Achtung, hier links kommt ein Dicker. Achtung, hier links kommt ein Dicker. achtung, hier links kommt ein Dicker. Ja, ich bin hingelaufen, habe gesehen, du hast auch gedacht, okay, lass ich ihn, dann hast du es irgendwie doch nicht genommen, wollte ich mich doch holen und dann hast du es doch gehört. Ah, fuck. Moment, Moment. Meine Waffen sind optimiert, mein Fokus auch, mein Fett ist genauso, also gehe ich schon mal durch die Tür. Tun wir noch kurz hier auf. Schwierig. Also ich würde gerne als Hund Baum übernehmen. Okay, überlasse ich dir. Kannst stemmen L1 machen? Ich würde gerne L3 wieder machen, da habe ich jetzt schon ein, zweimal gemacht. Ja, die Dreier nehmen die Briefmenträger. Nein, ich weiß, wo 3 ist. Doch. Ja, aber das ist viel sinnvoller, wenn die Briefmenträger das machen, weil ich am kürzeren Weg bin. Was ist denn jetzt noch frei? Aber ich habe es doch bisher auch. Briefmenträger. Ja, dann mache ich R2. Das ist da, wo Sonny immer war, oder? Hab ich denn immer noch Briefmenträger? Nein, wir haben keinen Briefmenträger. Nein, wir haben keinen Briefmenträger. Gibt es nicht. Okay, dann mache ich Briefmenträger. Müsst du mir aber Flash, ich weiß nicht, du machst das öfters, ne? Ja. Ich zeige dir nochmal gerade, je nach welcher Seite du machst, wo ich da am besten stehen muss. Das hier ist doch, ist doch. Welches willst du machen? Links oder rechts? Ja, geh du auf deine beste Seite. Ach wie? Warte, ich muss Briefmenträger machen. Oh nein. Ich habe das noch nie gemacht. Tschüss. Also ich kann es auch machen, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich habe eben schon gesagt, dass ich keinen Briefmenträger machen möchte. Ich hasse diese Position. Die ist so langweilig. Okay, erklär es mir, dann mache ich es. Okay. Willst du lieber links oder lieber rechts? Das ist mir egal, ich habe es noch nie gemacht, also es ist scheißegal. Okay Linchen, du kannst weiter springen, dann nimmst du links. Okay. So, folgendermaßen hier, nimm mal so ein Prisma. Also Sif bitte noch nicht nehmen. Ja, habe ich. So, dann hüpfel mal hier rüber. Also nicht so wie ich, sondern halt auch stehen bleiben. Ja, mhm. Schön. So, du siehst ja, du bist jetzt in so einem Leuchtstrahl. Wenn du auf R2 drückst, drück mal R2. Ja. Schön. So. Mhm. Du siehst auch hier diese Blümchen Baum und L1. Die kannst du von dieser Position relativ gut abballern. L1 kannst du auch von der Position dort aus gut treffen. Von hier, ja. Mhm. Die Position hier ist für Blume L2 wichtig, weil die triffst du eigentlich nur von hier. Mhm. Das ist wieder, ne? Ist das das hier? Das ist da unten. Genau, das ist links 2. Und wenn du faul bist. Ja. Und du zielen kannst, stellst du dich möglichst weit links an den Rand. Also so ungefähr hier, wo ich stehe jetzt. Ja. Und schießt ganz hinten auf links 3 drauf. Triffst du von da aus nämlich auch. Ja. So. Deine Aufgabe ist folgend, Nähmchen. Wenn wir, also du musst uns erstmal ansagen immer, welche Blume leuchtet. Leuchtet. Die leuchtet als die Rose. Das kennst du ja. Baum L1, L2 und L3, ne? Die nur. Richtig. Am besten, ne? Stellst du dich dafür immer hier hin. Okay. Weil hier, also wenn es anfängt, weil hier kannst du einfach gucken. Okay. Links 2 ist es nicht. Links 3 ist es nicht. Links 1 ist es nicht. Baum muss es sein. Weißt du? Das ist so Ausschlussverfahren. Okay. Die zweite Aufgabe die du hast, sind die Sniper töten. Die kommen aus den beiden Türen oder aus den beiden Vorsprüngen die du da hinten siehst. Nur aus den beiden, oder? Genau. Der hintere ist ein bisschen schwerer zu treffen für dich. Vor allem aus der Position. Ja. Du musst halt warten, bis er auf die Kante vorläuft. Mhm. Ist der sofort tot oder muss ich länger drauf halten? Ja, ungefähr 1-2 Sekunden. Okay. Also nicht so lange, aber auch nicht instant. Mhm. Wichtig ist, wenn du Plattformen wechseln musst, also von hier bis zum nächsten Sonnenstrahl, du musst immer gucken, dass du nicht über den Sichtweg eines Hundes springst. Das heißt, wenn zum Beispiel Morn, der läuft hier vorne lang. Mhm. Der läuft von Blume links 2 Richtung Safe Room. Wenn der Richtung Blume links 2 läuft, dann darfst du nicht springen. Mhm. Oder nur, wenn Morn relativ weit weg ist, weil sonst flieht er dich. Muss ich denn überhaupt da drüben drauf, wenn ich von hier aus die andere Blume treffe? Nö, eigentlich nicht, aber ich sag's nur so. Ja. Im Allgemeinen. Und auch wenn Morn auf dich zuläuft, wenn du da rüber willst, solltest du auch nicht springen. Weil... Ist ja da hinten, oder? Dann wird er wild. Hä? Ist ja da hinten, die Blume. Nö, ne, ich mein, wenn du jetzt zum Beispiel hier rüber springen möchtest. Falls ich ja. So der hier, um einen Baum zu... äh, zu bestäuben, zu beleuchten. Dann am besten, wenn er grad zur Blume läuft wahrscheinlich. Genau, oder wenn er sich umdreht und in Richtung Safe Room läuft. Aber halt so, dass du nicht über dein Sichtfeld springst, weil dann aktivier... Alarmierst du sie. Okay. Sieht er mich auch, wenn ich hier vorne an der Kante stehe? Nein, du siehst dich nur, wo du springst. Nur wenn ich springe. Okay. Aber da, wo du gerade stehst, kannst du auch nicht leuchten, ne? Weil du nicht im... Ja, ja, ich weiß. Ne, ich mein nur, falls ich hier kurz warte, um rüber zu springen oder so. Okay, dann würde ich dich bitten, dich wieder hier hin zu stellen, beziehungsweise zumindest dein Prisma hier hin zu legen. Währenddessen kannst du noch rumspringen und mal gucken, aber das Prisma darf es nicht mehr aufheben, weil du startest. So Sif, jetzt dein Prisma aufnehmen. So, seltenes Spiel bei dir. Du siehst ja, wo es leuchtet, wo du drauf springen darfst. Ich brauch nur die Position, wo ich schießen muss und wo die Sniper sind. Mehr brauch ich nicht. Okay, also da, wo du stehst, schießt du auf 1. Warte mal mit... Ja, sehr gut. Ja, ähm... Und von da hinten hier, von Höhe und rechts 2. Schießt du von da oben, genau. Und rechts 2, schießt du von da. Alles klar, Sniper rissen wo? Sniper, du hast 3 Stück. Die Tür hier... Die Tür da... Warte, 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 warte. Warte. Die da? Ja. Die da? Ja. Und die da? Ja. Ja. Also es kommt immer nur einer raus. Cool, ich hab mich nicht aufgepostet, ich hab's gesehen. Also es kommt immer nur einer raus, aber aus den 3 können sie möglicherweise kommen. Und nie über die Sichtwege, hast du gesagt, springen, ne? Richtig, weil sonst werden die wütend. Alles, ja. So, dann whiten wir einmal, dass wir alle Angst wieder haben. Ähm, an die beiden Rissmenträger, ihr müsst mir eigentlich kaum Ansagen machen, außer welche Blume es ist. Okay. Okay. Und halt, wenn ich frag, äh, wie sieht's aus, Hund, bei Blume 3 oder so. Achso, ähm, Darkflash, du bist es, der gerade spricht, dem muss ich folgen, ne? Genau. Alles klar. Kurze Frage. Kann ich L1 nehmen, oder war das jemand anders sich geschnappt? Ja, kannst du machen, dann, äh... Okay, gut. Steppen, du wolltest dann R1 nehmen, ne? L1, aber R1 geht auch. Achso, warte, wer war's dann? Cave war das dann, oder? Genau, okay. Kannst du... Ähm, dann muss ich wahrscheinlich L3 nehmen, oder? Wenn ich jetzt Prismenträger bin. Du bist Prismenträger links, also L3. Okay. Sif, du nimmst rechts 3. Ah, okay, gut. Dann nehm ich Baum. Baum. So, Lienchen, du wolltest eben noch was fragen, das war was? Ähm, ähm, ich wollte fragen, ob ich von... Du meintest, ich kann von dem anderen Punkt auch die erste Blume treffen. Aber das hab ich jetzt nicht so... Also ich werde da trotzdem rüberspringen. Nur das wollte ich. Ja, okay, musst du ja nicht, das war nur so, dass du es kann. Also ich hab nicht gemeint, dass du es machen musst. Ich hab nur gesagt, manchmal um Sprungwege zu verkürzen. Hm. Ne, ich hab's grad nochmal geguckt, aber ich glaub L1, äh, kann ich von da nicht machen. Also L3 schon, aber kann ich von dem zweiten aus machen, dass ich nicht rüber muss, aber... ...den Rest treff ich da nicht. Okay. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ich hab die letzten paar Male halt immer, äh, Rudelführer gemacht. Hm. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich, äh, Bestäuber gespielt hab. Bestäuber? Ich bestäube dich. Achja, ähm, an die, die unten hinterherlaufen. Ich mach zwischen drin mal so kurze Commands wie, äh, dass ich Baum gehe oder sucht was. Aber wenn nix kommt, bitte einfach nie hinterherlaufen, weil ich lauf... ...biss nicht so wie alle anderen. Okay, ich lauf dir einfach nach. Gut. Jaja. Ja, deswegen mein ich ja, weil ich lauf mittlerweile halt... ...meine Wege und nicht mehr so wie, äh, wie Puffy läuft zum Beispiel. Ach Gott, ich bin's gewohnt. So. Ja, dann... ...leg los, ihr beiden. Jo. L1. Wir gehen links. Ähm. Rechts 2. Okay. Sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Alle da. Kannst beleuchten. Stopp. Ja, ich guck grad. Oh Gott. Ähm. Hoppen. Wups. Also Hunde brauchst du gar nicht. Boah, eigentlich nicht wirklich, ne, ne. Wann wird mir angezeigt, welches die nächste ist, wenn ihr den zweiten habt? Wenn ich jetzt meine nächste wegmach. Ah, okay, gut. Deswegen will ich noch nix. Wie sieht's aus mit Hund? Bei rechts 2. Könnt ihr hin oder noch nicht? Der kommt euch, der kommt euch hingegen. Geht wieder zurück. Ich frage noch, brauchst du an, sagen? Ne, ne. Passt. Wo ist denn der Hund? Ne, ne. Bei manchen Hunden brauche ich halt, wenn ich's nicht sehe. Deswegen frage ich. Ich weiß nicht, ob er zur Blume läuft. Ne, ne. Ist in Ordnung. Der läuft jetzt grad hierher zu mir. Ja, ich seh ihn. Ab jetzt seh ich ihn wieder. So. Langsam und schön weit links halten. Pssiu. So, jetzt können wir wieder herlaufen. Das war ne Sekunde zu früh. Oh. Sorry. Mein Fehler. Nicht schlimm. Rechts 3 direkt. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Hast du nen Sniper gemacht? Oh, nein. Hat er nicht. Ich seh ihn nicht. Kannst du meinen machen? Ja, ich probier grad. Er ist down. Dann erstmal. Ähm. Es müsste, glaub ich, Baum sein. Ich kann grad noch nicht rüberspringen zum Gucken. Aber es müsste Baum sein. Die anderen leuchten nicht. Oh. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper bei Baum. Dankeschön, Fizz. Achtung, Leute. Schnellschel, da ist der Hund. Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich und sie noch vielleicht müssen. Wieso ist der Hund im Baum? Schadenfrage. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt muss ich... Alle auf ihre... Ja, zwei. Zwei. Die haben nur ein und dreißiger Stack. Ja, der geht auf meine Kaffee, sorry. Oh, shit. Oh, Gott. Meiner hat nur noch ein Drittel. Rechts drei ein Drittel. Zurück, zurück, zurück. Ja, ich laufe auch zurück. Links eins ein Drittel. Ah, ich schaff's nicht, glaub ich. Ein Achtel. Ah, ah. Wo? Kommt schon einer von euch beiden schafft auf jeden Fall noch. Ja. Beides sogar noch. Geil. Meiner hat weniger als ein Drittel. Sorry, lass mich sechs gehen auf meine Kaffe. Wer hat mehr als ein Drittel? Einer hat mehr als ein Drittel? Perfekt. Ah. Okay. So. Ansage. Na, Moment. Rechts zwei. Ähm. L zwei. Uiuiuiuiuiui, der ist rund. Los, 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 los. Lienchen? Ja, hab ich. An die Sniper denken und der Rest kommt bauen. Ja, der Sniper ist weg. So, bei mir auch. So, eine Sekunde. Diesmal warte ich. Eine Sekunde ging nicht an dich, ich glaube nämlich der Hund steht da. Ja, der Hund ist da. Ich kann grad nicht, Kati. Okay. Ähm, alle. Mal gucken wie die Hunde hier stehen. Achso, der Sniper kommt bei jedem ne? Vorsicht, der kommt bei euch entgegen, der kommt euch entgegen. Geht den anderen Weg durch die Höhle? Wir gehen nicht durch die Höhle, aber wir gehen den anderen Weg, wir laufen direkt zur Blume. Okay. Ja. Er ist halt schon auf halbem Weg ne? Wir müssen aufpassen. Auf halbem Weg zurück zur Blume? Nein, auf halbem Weg von der Blume weg. Ja, ja, sind da, sind da, sind da. Warte, jetzt. Wir müssen direkt weg. Nein! Nein, nein, es ist nicht drei. Es ist recht eins. Oh fuck, irgendwer wird gesehen. Egal. ja 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 macht zu dauern meiner ist aber ich bin tot ich bin schon bei rechts 2 läuft alter das ist doch mal geil oder das war geil einfach einfach zu dritt bei wo ich habe gar nicht verstanden dass immer bei jeder seite einer rauskommt von den snipern wenn das abgeschossen wird das erste dieser bei der blume war nämlich mein sniper das hatte ich nicht mitgekriegt wenn ihr es kommt auf jeder seid immer wieder raus ja beim zweiten mal habe ich darauf geachtet war ja nicht schlimm und hat auch gut geklappt ja ich finde das waren die schwersten beiden phasen von den raiden zu sein da finde ich am meisten schief gehen eigentlich so finde ich immer ja bei carlos halt noch also wenn das mal so sieht haben wir halt beim psikos am meisten jetzt versagt ja das stimmt da muss man sich erst einlaufen irgendwie ja und man muss auch dazu denken also dran denken cave zum beispiel und steppen die haben das jetzt noch nicht mit uns gemacht und wir spielen ein bisschen anders wie fudge und co weißt du für dieses also unsere taktiken relativ okay okay bei hunden jetzt nicht aber bei gaunde zum beispiel waren wir eben relativ ja aber das ist im endeffekt nur die rückwärtsversion dazu und der und die zeichen wo halt miteinander schießen sind halt unverdreht aber das ist ja jetzt ist kein problem gewesen ja ich meine doch jeder hat einen fehler gemacht das wollte ich sagen wird jetzt kein schlechtes hier machen ich habe diese eine bordsteinkante bei kälte ich bleibe da immer hängen ja noch mal drauf beschreiben keine kugel an meine dinge so eine richtige bordsteinschwein so eine richtige bordsteinschwein stellen wenn du kurz weg muss geh halt kurz weg meine frau wollte wissen was vor am 28 ich muss scheinbar ein paar kinder hüten ja ja also von fernseher abladen mit chips ich wollte gerade sagen so das ist ja ja dann braucht man hier wahrscheinlich gerade die augen und seine aussage erklären ja die dann bleibt da du hast den bringen macht einfach drauf ich wollte nämlich gerade schaden zu bleiben mache ich dann aber erst nicht so will also im letzten block ich glaube meiner super hin hier habt ihr den ich habe mich haben ich habe mich ich habe einfach das sturmtost für zwei von diesen regionären gebraucht ja diese mega stark also wenn ich mit meiner klaus faust eingeht auch immer mehr stimmt dreimal muss ich immer springen dann kommt er zu mir und letztlich füft ich hole ach nicht okay ich hole schon doch nicht naja ich hab das wort jetzt schon mal füft Ihr braucht Radmusik nicht mehr holen, ihr müsst sie nur noch eine Sekunde oder so vom linken abhalten, jetzt bin ich da, mit den Stöpsel drin, sehr sehr gut. Nein, nicht sehr gut, Darklash, reicht. Infinity Darkroom? AfD. Ja, ich habe diesen Spitznamen, sei zu Anfang Jahr 2 oder? Ja doch Mitte Anfang Jahr 2, ne? Ich habe mir ehrlich gesagt darüber nie groß Gedanken gemacht. Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal mit Nekrotorax und Elch. Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden. Das war's, ich komme zu dir auf die rechte Seite. Also ich bin links. Daniel macht wieder unten, oder? Okay, dann nehme ich mal rechts oben. Ach ne, da ist schon jemand. Steben ist schon da. Oh, Daniel, du darfst du mir in die Mitte. Ich war oben, war ich noch nie, ich will mal oben machen, hier rechts. Du bist aber für die rechte Seite Mitte, das ist dir klar, ne? Wer? Daniel? Du bist für die rechte Seite der Läufer. Ich hoffe, das ist dir klar. Okay. Sind denn alle soweit bereit? Eine Frage eben, eine Frage eben, Leute. Wo fangt ihr gleich mit diesen Gefäßen an und wie machen wir dann weiter? Links vorne, rechts vorne, hinten. Ich komme eben einmal gucken, warte. Ich komme eben einmal looky looky machen. So, also hier fangen wir an. Genau, dann da und dann da. Und die Laufreihenfolge ist, ich lauf zu Lienchen, Lienchen läuft zu dir, du läufst zu mir. Okay. Also ganz normaler Wahnsinn. Ich kann die erste machen. Okay, dann machst du die erste, ich mach das erste Rift, dann machst du das zweite Rift und ich mach die zweite Sturmtisch, okay? Perfekt. Okay, stimmt. Genau. Drei, zwei, zwei, eins, drauf. So, und irgendjemand schnitt nicht auf seiner Plattform. Doch, klar. Jetzt geht's los. So, Lienchen kannst. Oh, der tut mir leid, alter. Der hat zwei Granaten abgekriegt. Ach, zwei sogar. Achso. Ich dachte, du hast jetzt vielleicht keine gute... Wenn du deine wirfst. Vielleicht werf meine immer da, ich hab doch zwei. Ja, das hab ich für die nächste Zeit keine, aber das schaffe ich. Okay, ich bin da, du kannst los. Oh. Achso. Okay, die Eintracht ruft. Lauf. So, Flash, du kannst. Oh, du bist schon da. Krass, hab ich gar nicht kommen sehen. Ja, ah. Munition an, ich bin halt nicht schlecht. Das ist so ein Sneaky Boy. Ja. Was? Mein Controller ist gerade leer und ich stehe in der Mitte. Nein. Nein. Flash. Junge, warum? Alter. Warum? Du hast noch zehn Sekunden. Neun. Acht. Ich verstehe sowas nicht. Der zeigt das doch vorher an. Das hat sie mir aber nicht angezeigt. Ich verstehe. Ähm, rechts? Hallo? Rechts? Ah. 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 Okay. Da stehlen kannst du los. Ich hab auch keine mehr Schöne reden. Also Daniel, du gehörnst auch zum Chaos-Trupp gehören, muss ich mal sagen. Ja, schon ein bisschen, ja. Kannst los heißen? Ja, ich bin auch immer links gelaufen. Deswegen wollte ich nicht rechts laufen. Ich hab keine normale Munition mehr, ey. Bisschen sehr kacke. Ja, keine Bangelinchen. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, dann kann ich nämlich gleich hier mal nach links laufen. Kannst los. Mitte! Mitte! Oh, der Teller facht ja gar nicht hier. Rift steht! Krams ist auf dem Weg. Oh, ich bin tot. Ich hab bestimmt nicht drauf geachtet. Ich hol sie, ich hol sie schon. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Ist leider durch oder noch nicht? Meiner ist durch, aber Dienchen ist raus, also kann sie raufhauen. Ja. Boah, ich kann trotzdem noch auf andere tauchen. Der Gnissriff ist da. Diese THHH pi现在 mend方向ich Ja, ich muss mich wieder raus! Jetzt kann ich bloß sehen! Nee, ich muss mich wieder hin! отри Report! Ja. otiv튼, ich hol jemanden! Ich hole die denn? hoping derάνeti. Was, dann müssen alle wieder auf ihre Plätze! alle auf ihre plätze wenn alle da sind bitte ansagen ja ich bin da recht sieb steht da dann alle drauf ganz mitte was das alles irgendwie ein bisschen gedrängt alles hier müssen enger zusammen ich bin da ja ich habe leider auch keine sonst hätte ich die eine reingeworfen kein ding hat ein schwer was ist da was ist da ok bin da alle in die mitte wirst du die erste wieder an ja ich hab noch noch kein rift warte ich jetzt hab ja ich hab schon jetzt ich habe keinen doch habe ich stand das haben wir das haben wir das sehr gut haben wir das gemacht haben wir das gab genauso wie hunde fern nee haben wir second play gemacht oder nein hunde war first try und das auch alles bis jetzt first try bis auf erkes leute kann ich bei benedict eigentlich auch wüstungsteil aus dem redkrieg oder nun ja alle sehr schön er hat mir alle verwirrt alleiniger gott die sniper will ich jetzt vergleiche ausprobieren ist super cool finde ich geil an der name ich hab die auch kannst du die mama beim jahren anschauen ich hab's ausgerüstet ist die ich hab sie noch nicht ausprobiert und bis jetzt benutze ich mal den raketenwerfer bei bei Carlos ja ich bleibe halt beim Raketenwerfer weil ich echte Weltraketenwerfer stoppt ich glaube ich stelle meine Wand auch gleich auf eine halbe Wand um dann kann man sich dahinter setzen läuft ich habe jetzt schon mal ein obwohl ich theoretisch gesehen auch mit anderen waffen das machen könnte es geht auch mit einem sturmgewehr easy also ich habe es mit jemandem gesehen der hat sich mit der wortp spule direkt hinter Carlos gestellt und weggekündigt mit einer runde du kannst dich während dieser während der sagt ist diesen selbstmord macht so gesagt kann da kannst du dich hinter ihnen stellen ich weiß nicht wie das halt draußen aussieht wenn man das auf uns ist die level macht ob man da die zeit dazu hat scheiße ich hab keine primärmonie mehr da muss er kalte herz fressen der Scheldstandardsportspiel ich mag das folge ja wenn der ersten wenn das erste Standart Sonne ist oder Kälsch weil da ist zweites drittes hund und axt finde ich halt einfach wunderschön sind so wunderbar nah dann geht beieinander noch sonder 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 ja das ist so angenehm da musst du nicht weit laufen muss öffnen runterspringen und direkt kille mille machen das war doch schön Daniel oder er frisst mein stärkendes Rift und verstärkt mit Pfeil auf coldhard und weh ich schon bald zu kalt oh ich will das ich will das ich will das Ratsmitglied ich könnte ein bisschen schwerer Munition gebrauchen halt ja ich will überhaupt noch Munition haben haben wir bei Kalos gleich dann erstmal eine Munirunde oder was gut um also ich gehe mal davon aus Sift Daniel Dimension um Kaze wer von euch beiden hat schon mal Dimension gespielt und ist gut in Dimension ich hab noch nie Dimension gespielt dann macht Kaze Dimension und Stebbens mit Lied und mir draußen wenn es geht würde ich dann gerne rechts hin gehen also ich bin also für beiden lieber Schuss egal ich bin normalerweise rechts aber ich kann gerne auch links machen musst du mal gesagt Platz abtreten lieber H1 ich mit der Horde okay okay für die die draußen sind ich mach ich gerne am Ende Heilriff und bin der Raketenleffer zu ziehen ja ich hol mir das Ratsmitglied ich komme mit dem Standard da wollte er uns gerade das Ding wegklauen der eine Arsch hab ich gesehen hat es gut gemacht dieser freche Limmel nicht mit Gynny eingeloggt nicht mit Gynny nicht mit Gynny 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 FTW easy hilf heute Gynny horrendos so können wir hier schon anfangen schwerer wenn es noch ein bisschen schwerer achso ich würde auch die rechte Kugel nehmen um rauszukommen aus der Dimension wenn du rechts bist dann ist das so wenn du rechts bist nimmst du rechts die Kugel wenn du mitte bist nimmst du mittlere Kugel bist du links nimmst du linke Kugel ja sehr gut ich muss eben kurz pinkeln Leute mach das jo wir haben gerade ein bisschen Zeit dasselbe gilt auch für die Dimension also Sif ist rechts das heißt er nimmt die rechte Ding Daniel ist gut das heißt er nimmt die linke Ding ja die linke Position das linke Psyon und so eine Sekunde Leute weil ich glaube das hat er auch schon öfter gemacht oder macht das immer Puffy jo ja stimmt da war ich ja dabei gestern mitte ne nein der hat gewach der hat gewach nein der hat gewach nein der hat gewach der hat gewach nein der hat gewach genau du bist so gut Flash ich weiß es ohne es zu wissen hehehe aber miteinander die Tür ist vorbei oh man sony schreibt meine Couch hat nicht wieder und dann dieses Pädophate ooooooh aoooooh lebt 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 nekro eigentlich noch wie kann sie wieder eine rauchen Nein, der ist doch in der Party! Nekro! Ja, der ist eine Rauchende, als wir angefangen haben mit dem Raid, hat er gesagt, ich gehe eine Rauchende. Ne, der spielt sich am Schaft, der geht nicht eine Rauchende. Ja, der ist ganz geil auf dich. Ja, er hat mir jetzt so viel mit gesehen und dann war es vorbei. Jetzt, wo er weiß, wie ich aussehe. Dann war es vorbei. Daniel, du siehst mal nicht rechts. Achso, ja, das war so drin. Daniel auch nicht. Ja, stimmt doch, oder? Nein, Gärtenerster. Achso. Achso, ja. Aber Gärten ist ja Bäder. Gärten ist ja Bäder. Blablab. Guck mal in Schalde. Also Cave, du bist mit mir in der Mitte jetzt. Ja, okay, du ziehst schon hin. Und Stebbi ist scheinbar... Ja, du bist zurück, ich bin zurück, ich komme nach rechts. Okay. Mach also einmal kurz Überblick. Wer braucht Munition? Ich brauche ein bisschen primär Munition. Ich nicht unbedingt, weil ich bin drin. Ich gehe von schwerer. Wer braucht... Okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Munirunde. Weil Daniel ist einer von den Dimensionen, dass er schwere kommt. Okay. Ping. Oh, SolaShields. Stämmer hast du zufällig, weil du so nah war für weit. Ja, hab ich. Äh, da hab ich gar nicht ausgeschrieben. das ist scheiße nein passt musst du nicht wir kriegen den auch so platt links ist so ein bisschen nostalgisch für mich da war ich das allererste mal als ich hier drin war so willst du die Pisione jetzt umhauen oder nicht ja wegen Daniel ach so die geben immer schwere Munitionen okay ich bleibe hier ich brauche nämlich nichts ja ich brauche auch noch einen Schuss deswegen ich bin aus Prinzip gerade raus Kelch keiner mal da ja wir haben Kelch kaputt gemacht wir haben auch Dornen kaputt gemacht Hunde auch alles ist tot ich habe eine Projektion getötet du kriegst mich nicht Kallo ha ich bin vorher gestorben bevor er mich aufessen konnte ich dachte das ist nicht der echte Kalos doch wasn't me doch na gut also auf geht's first try jetzt erste Runde 100 Stacks auf geht's das wärs mal ja ich werfe links Daniel ich werfe links Daniel ja damit wir nicht wieder auf einen gleichen zuhören ähm Steppen hast du direkt Granate hast du eine Granate zufälligerweise ja hab ich schmeißt du dann sobald der Zenturion rausgehe kommt auf ihn bitte weil ich muss meine aufbewahren für den blöden Psyon an der einen abgemacht danke dir ok du werf die erste nade ich werf die zweite nade alle ready startet übrigens ja die scheiß Schilddienst ey also der Zenturion tut mir irgendwie Leid ok er kommt raus und kriegt von zwei Seiten mit kalt her alter ok wir brauchen rechts ein bisschen Hilfe warte ja 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 das ist meine Schuld ich hole ihn ich hole ihn thank you thank you thank you ok ok so keine Psyon nur töten so ich muss links laufen doch ein Steppen wo ist meine Fernsehine so links musst du anfangen und Axt töten ja Axt ist tot Axt Sonne ist tot Sonne K. ist down AX Sonne ist tot Mach meine super Ja 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 16 20 30 40 50 60 60 Wir sind draußen Okay, wer sagt anders? Gleich die erste Linkstage 3 2 1 hoch Wir sitzen außen mit dem warlock wann macht wer? Ich mach gleich das erste rift runter 3 2 1 hoch rift steht Auf Plattform 4 Auf Plattform 4 Auf Plattform 3 noch keinen Warte drauf Nicht mehr schießen Warte bleibt noch hier bis hin Und dann direkt auf die nächste springen Sobald der Jetzt Runter Und direkt auf die nächste Ja passiert Leute passiert Einfach weiter schießen Runter 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 3 2 1 drauf 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 14 14 Ich setz mal Suppe ein und versuch ein bisschen zu clearn. Ich auch. Ich mach die linke Seite. Okay. Alles jetzt. So, ist alles frei, hm? Au, Laser. Alle in die Mitte? Ja. 40. Ja, ich hab schon gesehen. Alles ist da. Kannst du machen, ne? Ja, ja. Ich wollte doch ein bisschen ausreizen. Ach so. Willst du mal schauen, wie weit es geht? Hattest du ein Heilungsriff oder ein Schadensriff drin? Heilung. Okay. So. 3, 2, 1, auf die Plattform. Und dann runter. Und dann runter. 3, 2, 1, drauf. Griff, steht. Hey, wie sich der nun... Schieß sie einfach weiter. Ah ja, ich hab's ja gemerkt. Ich bin runtergevect. Runter! Runter! 3, 2, 1, drauf. steht und da trotz darauf schießen doch schießen das ist also das ist es super wird immer ja wenn er den angriff machen will du alle runter schickst und dann trotzdem kein angst kommt das meine ich ja das ist super wird mega gut ich wollte kalos schreiben hab klaus geschrieben schick schick ach lief doch saugeil finde ich echt saugeil bis auf zirkus lief das super flüssig ist s s s s s auch an s 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 führer ist flash glaube ich bei ihm hatte das klappt ich meine die türen sind nicht offen hat spaß gemacht vielen dank wieder dank jedem ja ich danke auch ich auch ich danke mir auch gern geschehen hat er jetzt wieder karl aufgeschrieben passt schon gut ich habe auch eine telemetrie bekommen während des raids ja 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 Vielen Dank. Komm, Tess, du gibst mir jetzt was richtig cooles raus. Habt ihr heute wieder Wassermelone da? Nein. Ach, schade. Wassermelone? Ja, das mag ich auch gern. Da haben sie sich zwei gefunden. Mein Warlock hab ich für Wassermelone. Ach, Wassermelone, so schön. Gestern hatte ich noch so viel, ach ne, doch. Gestern hatte ich noch von diesem Bright Dust so viel. Ich brauche ganz viel davon, damit ich das Exotic Emote holen kann. Oh, Pipi-Fat. Ah, ich weiß, was ich auch nicht habe. Das ist nicht. Puff hat euch auch schon die ganze Zeit hin und her überlegt, ob er was kaufen soll. Natürlich. Was hat er überlegt? Komm, bitte die Robe des Vollminators. Das ist die Mut von, äh... Ach, Gott, schade. Hier ist das jetzt nochmal. Verwirrt. Six. Ne, Six, Schad. Wurde das so abschießt. Six. Six. Six, come on. Hm, wo ist denn nochmal dieser Emote? Achso, ne, da gehe ich ja mit meinem Warlock irgendwann hin. ikeski. Okay. Bei mir. Steppen. sore. Die Steppen rennen sie schonplayend. since we learn together. Wo ist das Big Nebenogan? Ja, tschööö. So. auch ich dann überhaupt nicht das zeit noch komplett haben gibt es auch so ein titanzeichen quasi von rent doch ganz schnick aus was will ich mir jetzt mal ich versuche die ganze die blöde robe zu bekommen ihr kriegt sie jetzt einfach so dahin geschnürsen nein das sind die hände nein ich habe es auch schon ich hoffe es ist ja mit schluss ich habe auch wenn er schluss ist da und schauen so die robe durch ein paar mal kaputt gemacht 5 weiß nicht weil ich nicht so aufkrieg komm schon scheiß drauf ich gebe jetzt an meine Token so aus was so um ja in der Showrunner dann vertraue ich dir mal du machst einfach kaputt Schuhe ich brauche Schuhe auf 300 du brauchst Chios der Film ich merke schon die sind keine Elbe an die Fans ich habe leider irgendwann nicht so auf mich geschaut Nein okay früher hab ich mal geguckt ja aber mittlerweile ist es nicht daran dass ich ein bisschen älter bin als ihr vermutlich das hast du jetzt gesagt das er hat sich in den Karten und ich habe den 3 zu 38 was wir sind alle bereit das hätte ich jetzt von der Stimme nicht und so wie alle bereit sind noch immer dann wird auch durch mich noch nicht er hat denn 1 ein So high to the rate. Krapi? Krapi lebt noch. Krapi ist gerade aufs Zeichen. Röre sich dreht. Doch, Ventilator. Oh mein Gott. Diese bescheute Sprungpassage. Hä? Ja, allerdings ist es trotzdem bescheiden, Ventilator. Die geht. Mich hat's gekickt. Mich auch. Was ist das? Mich auch. Aber wir sind alle noch wunderbar oben im Orbit. Also noch einmal krapier. Ja. Boah, Magnus. Weg damit. Das ist so schön. Daniel, du sagst du unten die Zahlen an, habe ich gehört. Das finde ich so geil, dass wir schon viel gesehen haben. Ja, aber man merkt, dass sie schon öfter gemeinsam gespielt hat. Das ist halt irgendwie ganz irre. Wie viele Leute sind wir? Ich mache die sechs. Du bist ein Arsch, dann mache ich die vier. Okay, dann mache ich die drei. Oh, verdammt. Wir leben hier ja noch. Ah, du Schreck. Wir hatten die vorhin abgeschossen. Ich nicht. Silv? Nein, ich wusste diesmal tatsächlich nicht. Daniel? So glaub nicht, wie es klingt. Du Lömel. Tja, dann ist es Karma gewesen. Oh, Lienchen, du bist so ein Assi. Hallo? Du bist einfach voll auf meine Warlock drauf gesprungen. Ich konnte nicht mal hoch springen. Aber ich war doch zuerst da drin. Du bist bei mir direkt neben mir gelaufen. Wir sind gleichzeitig gesprungen. Und ich bin irgendwie an dir hängen geblieben. Oh. Ich habe es geschafft, beim ersten Mal. Ja, weil du mich geopfert hast, du Penner. Nein. Hätte ich auch getan. Sag, wenn ihr da seid, dann aktiviere ich. Ihr seid gerade mal zu zweit da. Achso, okay. Ja, ja, ich bin vorbei, dankeschön. Habe ich euch einen Akkusmod für die neue Snapdragon? Ja, genau. Ach, Mensch. Achso. Moment, hier stimmt nichts. Ihr wisst ja, ich habe es nicht so mit dem Warten. Ich bin schon mal hoch gesprungen. Mach. Ich bin auch schon oben. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich komme dann doch nicht aneinander hoch. Doch, Siv. Warte, ich zeige dir den Trick. Ups, was ist das? Du musst dich hier drauf stellen. Und dann klappt das. Okay. Ach, gut. Was läuft? Ich habe aktiviert. Nice. Alle da? Mhm. Gut. Hauptsache alle laufen falsch. Hä? Das war mir doch schon da langs. Wem soll ich nachlaufen? Wer ist hier der Chef? Bestes Flash. Ich dachte erst bei Flash und dann habe ich den Namen gelesen, dass er viel zu kurz ist und dann dachte ich, hä? Flash ist sehr vertrauenswürdig. Deswegen folge ich den. Ah, ne, halt. Ja, ja. Echt jetzt? Flash. Flash? Du hast mich getrunken. Ich habe gerade gedacht, ich habe Transfer. Enttäuscht. Ja, ich habe gerade gedacht, ich habe Transfer. Sorry. Ich habe an die falschen Schlüssel gedacht. Ach. Kriegen wir immer die gleichen Schlüssel eigentlich, ja, ne? Ja, wenn du in einem Raid mit einem zusammen bist, hast du immer die gleichen. Ja. Nein, 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 nein. Abfluss ist, wenn du... Abfluss ist da, wo Sonny nie hinkommt, weil er stecken bleibt. Hier können wir schon den ersten Schlüssel einsetzen, also zumindest ich mit Edge. Jupp, jeder. Haben wir die alle, ja? Achso. Ich habe gar nicht geguckt. Aber lass sie erstmal stehen, dass wir sie dann... Ich nehme Delta. Ich nehme Wüte. Delta ist meins. Ja, sag's doch mal. Ich nehme einfach Alpha. Flash, du hast ihn zu früh weggehauen. Ich wollte... Äh, stemmen. Ich wollte mir gerade anschauen, ob ich ihn trainiert hätte. Achso, entschuldige bitte. Egal, ich glaub ich's treffen. Dein Dänchen kommt zu mir, hier triffst du Alpha schön. Ja, reicht. Von hier mit der Sniper sollte gehen, ja. Ja. Wo verstecken wir uns denn jetzt? Wartet. Unterschiedlich. Müssen alle welche sie nehmen? Nein. Ich nehme den, den ich immer nehme. Ich nehme Alpha. Was schickt mich da? Ja. Irgendwas hat mich grad rüber geschoben, deswegen konnte ich mich abschießen. Wahrscheinlich Daniel, der dir vorbeigelaufen ist. Scheiße. Dann weiß ich nicht. Kann ich mich nicht auch hier verstecken? Wahrscheinlich schneller. Wo? Nämlich jetzt halt ein Raketenwerk. Das geht schneller. Einfacher. Direkter. Nee, kannst du nicht stemmen. Du kannst dich nur in den drei Türen hier vorne verstecken. Ist hier irgendwo noch schwerer? Hier liegen überall welche rum bei mir. Aber bei dir vielleicht nicht. Da ist noch ein bisschen los. Ja. Also irgendjemand hat mich auf jeden Fall wieder in die Tür reingeschoben. Das wollen wir nicht. So. Die Türen interagiert. Oh. Hä? Du warst eine Sekunde zu spät. Ich bin tot. Ich auch. Fehlt hier eine Sekunde irgendwie. Wenn du es noch zweimal verkackst, bist du so gut wie ich. Ich muss sagen, es hat gestern Spaß gemacht zu dritt. Ja, fand ich auch. War so ein bisschen Herausforderung. Ja, egal. Keine Ahnung. Ja, egal. Keine Ahnung. Nein. War das gut. Weg so. Sehr gut gemacht. Du wirst du Spaß kriegt eins. Hey. Du bist ein ausgesprochen möglicher Mensch, stelle ich fest. Ich weiß. Ich weiß. Wir lieben uns einfach nur. Normalerweise ist Sif ein ganz netter, außer es geht um Sonja oder mich. Oh. Die Phase ist auch supergeil. Aber ich bin direkt tot. Ja. Wer fehlt? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich. Dann kannst du gleich mal denjenigen, der da hinten liegt, aufheben. Oder durch. Ich hab gedrückt. Lauf weiter Sif. Ich pass hier auf. Können alle weiterlaufen. Ich pass hier auf. Ja. Ich pass hier auf. Okay. Daniel ist da. Hier ist die Kiste. Hm. Kannst durch. Ach da. Oh oh yes. Daniel und Sif bekommen Exo. Sif. Hallo. Und ich nicht. Ja. Das kann ich da noch sagen. Eben das was er verdient, ne? Arschloch. Da wirst du eigentlich nie irgendwas kriegen. Ich weiß. So. Jetzt bin ich einfach assi und lauf durch und das Sif zurück. Cool. Mach mal. Schade. Diensten ist immer nett. Aber ich konnte gar nicht drücken da anscheinend irgendwie. Oder? Ich hab gedrückt während es noch nicht angezeigt wurde. Okay. Oh. Zu früh gesprungen. Mist. So halt. Lass erstmal in die Richtung gehen. Weil da ist ja... Nicht Richtung dir. Stimmt ne ne. Na doch oben lang. Oben lang. Oben lang. Nicht oben lang. Das geht aber runter. Das ist aber die Oberetage. Ach so. Hier müssen wir ja nur durch glaube ich ne? Ja. Wir müssen nur durchlaufen. Tim hat sich letztens befreit. Zeit. Er hat nicht einen auf Sony gemacht. Ähm. Sif was machst du? Ähm. Sif gibt den fuck auf alles. Irgendwie schon ja. Du asoziales etwas. Hey ich bin durchgekommen. Ja ich find's auch echt lustig. So. Wuhu. Nicht ganz runter. Nicht ganz runter. Wuhu. Wuhu. Hier für mich die Tür. Jane. Machen auf. So. Bitte. Und feuern auf das was ihr seht. Bitte nicht die komischen Dinger kaputt machen. Weil wir müssen erstmal gucken wo die sind. Ach das ist der Raum. Der ist ziemlich einfach. Ja. Joa find ich auch aber. Ah verfehlt. Du hast sogar noch daneben geschossen. Wow. Wow. E-Beams. Ein super Schießer. Ein super Scheißer. Definitiv. Ah das kann auch sein. Also ich würde gerne Beta nehmen und würde mich in dieser Tür verstecken. Machen rechts vorne. Soll ich dann links hinten nehmen? Mit Raketenwerfer. Mhm. Glaub ich hier vor? Ja ich glaub das geht. Hallo ready? Joa. Tür wird geöffnet. Sag was ich feuern kann. Feuer. Das war ja jetzt mal ne easy Geschichte. Exos. Ja Exos. Ja Exos. Ja das ist echt nützlich ey. Zwei Exos du Wichser. Ja echt man. Aber du doch auch. Ja ich weiß. Jetzt müsst ihr alle wieder hoch springen. Also da lang wo wir grad eben kamen. So wir haben doch nur drei Schlüssel. Ja echt mal. Sind doch eh schon fertig. Achso stimmt. Können auch uns raus beamen. Oh nein. Beam me up Scotty. Beam me out. Wo wollten ihr hin? Na tower? So die Turm. Türmsche bitte. Ins Türmschen. Ins Türmschen. Ich brech ab. Dortmund liegt gegen die Coussia hinten. Pfff. Pfff. Oh Gott. Mein Beileid. Ja. Ach Alter. Das hat sich ja das. Sagst du schon mal. Mhm. 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 Hat einer von euch grad Blick auf ne Uhr? Ja 22 Schlüssel. 10 nach 10. Ah. Hä? Ah war das erste Wort. 10 nach 10. Habt ihr auch ein Rabbit? Ah ist ja fantastisch. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Lass da. Oh ne ihr seid alle im Turm. Ich bin geflogen. Mhm. Ich hatte Hase. Hase. Doch cool. Stimmens hat auch mal wo. Total. Ich total nein. Fatsch oder so hätte ich dich nicht mitgenommen heute. Fatsch. Warum nicht? Warum wieder nicht hier spielen? Keine Ahnung. Fäger was der bisschen dieser Welt drin. Das mal nicht. Ja. Ja. Ja weil der ja eine halbe Stunde früher losging. alles. Selben Zeit hatte. Ja das stimmt. Die wollten um 19 Uhr anfangen. Und er hatte erst um halb acht Zeit. Und dann kam Fio noch in der letzten Minute. Und dann war's halt vorbei. Tja jetzt hast du bei uns einen Platz gefunden gehabt. Das war super ja. Das hat Spaß gemacht. War doch viel lustiger. Das war sehr lustig. Ja das muss ich jetzt mal sagen. Das hat echt Spaß gemacht. So. Das finde ich auch schön. Wienchen läuft und der, der, der Ding immer noch. Ja der läuft immer noch solchen ausmachen. Auch mir egal. Vielleicht solltest du ihn ausmachen langsam. Genauso. Ja du findest also Fulminaturs cool. Ich krieg das ja zerrehe, oder? Ja, das ist ziemlich...